hallo youtube hier wieder surround gaming wir machen heute mal einen kleinen podcast update talk ein bisschen kürzer natürlich als den ausführlichen talk letztendlich dreht sich heute noch mal um den vf 43 u von aorus hoffentlich richtig ausgesprochen vom hersteller gigabyte der bildschirm ist ja jetzt eine ganze weile bei uns im einsatz und es gab doch einige fragen sage ich mal von euch bezüglich des bildschirms und wir wollen heute mal ein paar sachen einfach schnellstmöglich nachreichen dass er da einfach vielleicht noch mal im kurzen podcast auch noch mal die wichtigsten informationen für euch raus ziehen könnt um eine entscheidung zu fällen ob der spannend ist oder nicht eckdaten noch mal ganz kurz es handelt sich hierbei um einer also den ersten auch wenn asus behauptet im endeffekt sie hätten den ersten 4k 144 herz monitor im gaming bereich auf dem markt platziert aber es ist auch letztendlich zweitrangig er hat 144 herz 4k und ist damit einer der ersten herrscht oder der ersten bildschirmer durch den hersteller gigabyte so herum ausgedrückt die auf den markt sozusagen ein tft platzieren der eingänge hdmi 2.1 hat in der fall in dem fall jetzt hier zwei stück displayport hat er natürlich auch das heißt ihr könnt sage ich mal die 144 herz beziehungsweise bei hdmi 2.1 die 120 herz voll ausreizen uns wurde jetzt auch sage ich mal interner quellen beziehungsweise aus vom partner mitgeteilt das playstation und xbox series x an dem ding nahtlos sozusagen laufen und auch ein schönes bild sage ich mal wieder spiegeln deswegen ihr könnt die hdmi ports das ist ja für viele auch interessant auf jeden fall für ps5 oder xbox series x verwenden habt auch zwei anschlüsse haben zum beispiel einige leute sogar beide konsolen im einsatz steckt ihr beide an ihr könnt über eine gesonderte fernbedienung die dabei ist die quellen sage ich mal wunderbar umschalten er hat die üblichen umschaltzeiten die dauern manchmal ein bisschen das nervt mich zum beispiel auch die philips umschaltzeiten von dem momentum waren sogar noch ein bisschen länger deswegen hier hat sich das zwar ein bisschen verbessert aber es könnte noch ein bisschen schneller in anführungszeichen gehen was ist noch wichtig für pc spieler 144 herz displayport würde ich da verwenden dass wir im endeffekt die vollen 144 herz ausreizt und dann muss man einfach sagen für die pc jünger unter euch hat er wirklich wenn ihr 144 frames und 144 herz im einklang bringt bei euren gaming titel eurer wahl dann habt ihr wirklich ein wunderschönes schnelles bild was im moment aus meiner sicht auch state of the art ist also einige hatten sogar verglichen hatte ich mir ein paar sachen durchgelesen von den schwarzwerten kommt er fast an oled panels ran ist natürlich nicht ganz so also ich sag mal so wenn ich mein oled daneben stellen würde und würde sage ich mal jetzt ein ähnliches bild wie hier auf dem bildschirm mit einem schwarzen hintergrund sage ich mal zeigen denn wäre es sicherlich immer noch zu erkennen wer ist der oled und wer ist das vr panel das bleibt so aber er hat sage ich mal für ein vr panel muss ich staunen wirklich sehr sehr gute schwarzwerte beziehungsweise macht generell einen sehr guten eindruck was ist noch zu erzählen rein mal vom aufbau und von den standfüßen die standfüße sind sehr sehr klein das sieht man hier auch auf dem bildschirm es passt relativ wenig drunter das war jetzt bei dem marktbegleiter phillips ein bisschen anders da kann man ein bisschen mehr drunter packen wenn das für euch wichtig ist wenn er den plant an der wand zu hängen der wiegt nur um die zehn kilo das ist denke ich mal auch ein vorteil zum beispiel zum kollegen von asus der jetzt neu auf den markt kommt der ist glaube ich noch gar nicht so richtig verfügbar der 43 zoll da der wiegt zum beispiel 15 kilo also locker mal fünf kilo mehr was für eine eventuelle wandhalterung oder wenn ihr sogar damit liebäugelt da sage ich mal schweren monitor arm für auszusuchen der euch am schreibtisch hinten dran ist und das ding probierte gerade zu halten da sind die zehn kilo schon nice weil das ding ist echt ein leichtgewicht jetzt kann man sagen okay dann wird die qualität da nicht so geil sein man muss sehen das ist ein ganzes das hatte ich auch in den größeren podcast gesagt es ist ein kunststoffgehäuse nicht mehr und nicht weniger und das sieht von hinten ganz spektakulär aus aber ihr werdet von ihr werdet denke ich mal nur kürzeste zeit den monitor von hinten sehen außer ihr habt mitten im raum zu stehen und rennt immer an euren schreibtisch vorbei dann könnt ihr von hinten vielleicht oft sehen da sieht er ein bisschen spektakulärer von hinten aus mit so ein bisschen stealth kanten und so weiter so ein bisschen fancy gemacht aber von vorne ist er relativ schlicht er hat einen relativ dünnen rahmen ja aber ich sag mal so es gibt noch dünnere vertreter aber ihr könntet da nahtlos wenn ihr bock drauf habt von dreier sage ich mal in surround gaming art sozusagen zusammenstellen und könnte im brachial 12k gaming im rennsimulationsbereich oder im flugsimulationsbereich zocken natürlich mit 12k und dem anspruch werdet ihr sage ich mal müssen mit den frames doch ordentlich probleme kriegen aber ich sag mal so die ränder sind relativ dünn er wirkt sehr modern die boxen die da eingebaut sind da wird ja von aorus oder von gigabyte von space sound geredet na ganz so abgedreht ist es nicht also eine stereoanlage setzt es nicht oder auch boxen nicht boxen sind da immer noch deutlich besser mal um youtube video zu hören oder mal um zu zocken alles okay da klingen die sogar recht vernünftig ihr könnt auch ein paar vorgefertigte profile auswählen alles top alles schön alles schick kann man machen was gibt es noch zu erzählen led beleuchtung hat er nicht großartig also er hat jetzt kein fancy licht oder so auch was nicht stört oder was irgendwie blinkt wenn er an ist und so ein thema das ist denke ich mal auch ganz nice zu wissen am ende des videos für die leute die länger noch ein bisschen infos haben wollen zum osd da hänge ich einfach mal ein video auf bitte sorry für die tonqualität das war jetzt sage ich mal einfach mal mit dem handy aufgenommen und mit dem headset da erzähle ich ein bisschen was zu den onscreen menüs und dessen sage ich mal verschachtelung und dann könnt ihr euch einen eindruck machen wie die menüs sozusagen sind das fackeln wir einfach jetzt in dem video hier auch mit ab ansonsten ist es jetzt im moment mein daily driver und da hängen auch diverse sachen dran was ich noch teste und wo er dann wieder nachschlag gibt ist natürlich die ganze thematik um den kvm das heißt ihr könnt mehrere devices da anschließen und dann sozusagen zwischen den devices hin und her switchen das ist noch nicht getestet ansonsten wenn für leute sage ich mal spannend ist immer ein vergleich zu ziehen zwischen asus und gigabyte aus also den jetzt da können wir natürlich noch keine aussage treffen weil ich mache keine aussagen zu sachen die ich nicht selber gesehen habe rein auf dem papier muss man sagen ist der asus der jetzt auf dem markt auch kurz vor release steht auf jeden fall eine ganze ecke teurer und das heißt eine ganze ecke der wird so mit 1.5 glaube ich in den markt reingehen 1499 er hat ein paar sachen dabei wie noch mal hdmi 2.0 in anführungszeichen also die alten hdmi ist nochmal zwei stück er hat hdmi 2.1 2 er hat also ein bisschen mehr anschlüsse dann hat er dieses ja dieses asus zeichen sage ich mal leuchtoptik dass er das auf dem schreibt auf dem schreibtisch nochmal dieses asus auge habt wer es braucht also ich brauche es jetzt nicht wir haben so ein ding auch zum beispiel dafür ein computer kann man die kaufen kosten 20 euro das hat man bei dem bildschirm einfach hinten rauf gepackt bei asus das fand ich auch ein bisschen lustig und verkauft das denn als fancy beleuchtung und hat in so ein usb kabel sogar da reingezogen in den monitor das fand ich jetzt zum beispiel bei dem ersten sichten von den asus gibt ja schon da ein youtube video zu vom hersteller direkt ein bisschen albern ja also entweder ich baue das fancy wirklich in das in bildschirm ein aber ich klebe da nichts hinten drauf und mache mit einem usb stecker da irgendwo ring ich mir noch ein usb sage ich mal stecker ab um da die rgb beleuchtung zu synchronisieren also das ist eine thematik für sich das können man sich noch sicherlich noch mal angucken sollten wir den doch zeitnah mal auf dem tisch sage ich mal haben ansonsten rein vom papier sind die sehr ähnlich beide haben sozusagen eigentlich identische panel ich möchte mal auch in erwägung ziehen dass da der identische hersteller vom panel sogar drunter klebt das können wir natürlich noch nicht bestätigen also weder gigabyte noch asus fertiger selber panel von der seite her kann gut sein dass da ja was ähnliches drunter schwebt sie spielen ja in der gleichen preisklasse so ein bisschen wobei gigabyte da einfach vorreiter ist und hat dann einfach mal gesagt okay wir geben den ton vor und gehen damit 1199 eigentlich glaube ich sogar 1099 rein der markt hat das ding sozusagen wieder gleich um 100 euro nach oben gedrückt aber ungefähr in dem range so 12 müsste dafür rechnen für 15 wahrscheinlich der asus also schon mal ein preislicher nachteil für ein asus qualitätstechnisch sicherlich asus immer eine sache die man ins auge betrachten sollte nicht nur weil sie vom logo so hübsch sind sondern weil sie auch natürlich gute qualität abliefern aber meistens doch in der ecke teurer sind im moment ist ja der aurus wie gesagt unser daily driver in sachen sage ich mal 4k gaming 144 hertz da macht dann super eindruck und ich denke mal beide bildschirme ohne es wirklich jetzt zu wissen aber unterscheiden werden sie sich nicht großartig vielleicht von der menüführung auf jeden fall das menü von dem asus die noch ein bisschen komplexer aus ich weiß jetzt nicht was da alles abgebildet wird was ihr hier beim aurus drin habt ist so eine so eine taktile komponente das kann man schon wirklich auch so ein bisschen taktile sagen das sind ein paar stabilisatoren für first person shooter das sind dass ihr fahnen kreuze einblenden könnt nativ vom monitor das heißt ihr könnt in games das komplette hat wegblenden aus dem spiel und habt dann durch den monitor ein projiziertes crosshair was ihr auch individualisieren könnt und somit habt ja sozusagen gerade bei youtube aufnahmen oder wenn ihr sage ich mal sachen mit schneidet oder ab filmt natürlich die gelegenheit das spiel komplett clean zu halten ohne zum beispiel jetzt ein hat angezeigt zu haben und habe trotzdem fahnen kreuz womit jetzt hier können und somit auch sage ich mal ganz normal geben könnt also nur mit dem fahnen kreuz natürlich denn gibt ja so sachen wie zum beispiel wenn man jetzt vom first person shooter wie doom oder so aufnahmen gerne saubere hätte macht man es hat komplett weg und lässt sich dann crosshair einblenden und nimmt dann die sachen auf haben wir ja auch schon auf dem channel so gemacht oder star citizen oder und 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 was gibt es noch zu erzählen stromklasse g ist ein kleiner stromfresser hdr 1000 hat er resultiert auch daraus mit ein bisschen also kontrast level ist hier sehr hoch die genauen specks könnt ihr euch alles auf der gigabyte seite selber angucken das will ich jetzt euch nicht runter beten weil es sind alles so einfach nur ja werte dass er da sage ich mal wirklich gut drin ist hdr 1000 sieht bombig aus das muss man manchmal sogar ein bisschen runter regeln das ist ein bisschen für mich zumindest zu überdreht in anführungszeichen man kann ihn gut individualisieren auf seine bedürfnisse er sieht eigentlich auf dem schreibtisch schick aus sehr schlicht also nicht sehr glossy was glossy ist ein bisschen dass das panel sage ich mal von der oberfläche das heißt ihr spiegelt euch ganz schön da drin also wenn ihr einen hellen raum habt und da scheint die sonne drauf dann habt ihr schon ein kleines problem also der raum sollte jetzt nicht zu licht durchflutet sein dass ein gutes bild sage ich mal darstellt und ihr eine menge sehen könnt ansonsten muss man sagen es ist ein sehr guter monitor für aus unserer sicht einen halbwegs attraktiven preis der ist sicherlich noch über 1000 euro ein ganz schöner schuh man wünscht sich natürlich immer dass die sich so unter 1000 euro wieder einpendeln aber es ist unrealistisch zu erwarten dass das jetzt von irgendeinem anderen hersteller in erwägung gezogen wird ich kann nur noch mal ganz kurz zum philips wieder zurück schleifen der monumentum von philips im endeffekt der 43 zoll der jetzt auf dem markt noch verfügbar ist ist ein ausläufer der hat natürlich die preisspirale ganz schön nach unten geregelt acer hatte ich gesehen bringt jetzt auch demnächst sage ich mal ein ins game philips wird sicherlich nachlegen hatten sehr schon angekündigt das sind für uns so also gerade philips da der nächste kandidat den wir auf jeden fall in hier im test haben werden um einfach zu gucken ob sage ich mal der philips wieder den aorus ablöst weil einfach paar sachen immer dabei sind die für mich denn schon wieder für einen wechsel sogar sprechen würden aber im moment ist der aorus auf dem market sicherlich einer der neuen vertreter der nächsten generation von tfts hdmi 2.1 144 hertz 4k pro und einen halbwegs attraktiven preis den man noch vertreten kann ja ich will es dabei belassen unter eine viertel stunde dass es nicht wieder zu lang wird wie gesagt wer jetzt noch dran bleibt sieht noch ein bisschen das on screen menü ansonsten wünschen wir euch eine schöne woche sicherlich bringen wir immer zu dem bildschirm ab und zu mal ein update interessiert ja doch einige weil es ja technik ist die doch sage ich mal mehr wert bietet und das kommt heutzutage nicht mehr so oft vor in dem sinne habt eine schöne zeit zockt schön bis dann surround gaming ist heute mit dem test zu dem aurus bildschirm und wir gucken uns jetzt noch mal schnell das menü an die menüführung die befindet sich hier unten mit einem stick da ist so ein sechs achsen stick sozusagen verbaut worden von gigabyte ist ganz gut gelöst ähnlich wie bei lg ansonsten seht ihr ja auch den bildschirm in voller gänze kommt natürlich jetzt sage ich mal auf dem video vielleicht nicht ganz so rüber die farben aber der ist wirklich sehr strahlend über die sauberkeit braucht man nicht reden wir gehen jetzt mal einmal alles durch das ist im endeffekt das gesamt setup hier gibt es das gaming einstellungen ziel stabilisator was das jetzt alles im genauen ist kann man natürlich auf dessen seite sozusagen nachlesen da will ich jetzt gar nicht so viel zu verlieren schwarzausgleich ist denke ich mal auch selbstlösend höhere auflösung also hohe auflösung viel mehr da kann man mit der schärfe noch ein bisschen spielen display modus vollbild der kann andere sage ich mal formfaktoren annehmen wenn man eher mal ein kleineres bild sich sag ich mal wünscht dann kann man es auch von der position ändern das ist jetzt hier ausgegraut übersteuern kann man auch so genanntes overdrive dass man im endeffekt da noch mal ein paar herzzahlen mehr rauskitzelt aus den ganzen themen und adaptive sync hat er natürlich auch damit gleicht er sich mit den grafikkarten sozusagen ab rausgegangen gehen wir wieder rein jetzt müssen wir mal gucken wie man hier genau bild benutzer definiert kann man sich drei einstellungen sozusagen einjustieren man kann den auch glaube ich man kann ihn mit usb also wenn da über usb dran ist ist er jetzt bei uns nicht kann man auch die einstellung per software sage ich mal nehmen dann kann man sich da drei setup sozusagen ablegen auch ganz nett gemacht display eingänge er hat hdmi 1 hdmi 2 beides 2.1 display port und typ c er hat einen eingebauten kvm switch da könnt ihr auch noch mal ein bisschen was drüber lesen hdr ist jetzt bei uns ein rgb bereich klar autoerkennung jetzt bei uns er kann natürlich bild im das denke ich mal auch selbstredend system sprache könnte ändern audio audio hat da muss man einfach sagen auch recht ordentlich jetzt im vergleich zum philips sind so ein bisschen basslastiger die boxen aber sie sind mit anlagen immer noch nicht zu vergleichen audio mode habe ich jetzt hier first person shooter hat so ein bisschen so ein equalizer eingebaut da könnt ihr euch ein bisschen die tonlage sage ich mal aussuchen aber naja da würde ich jetzt nicht zu viel drauf setzen so mal um youtube video sozusagen zu gucken einmal frei dafür reicht vollkommen drauf zocken kann man auch mal aber erwartet jetzt nicht die high end audio qualität das können diese boxen im bildschirm auch nicht auch wenn sie sehr beworben worden sind da muss man einfach realistisch sein das ist sozusagen immer noch ein bisschen natürlich einfach gehalten warum eigentlich verstehe ich auch nicht ganz man könnte auch ein bisschen der ist der dicke noch immer noch könnte man ein paar bessere boxen einbauen aber sei es drum wo ist die anzeige also die anzeige im effekt des menüs was wir hier durch klicken könnte auch sozusagen euch ein bisschen ein justieren hier könnte auch noch ein paar sachen led anzeige müsste ich jetzt erst mal lügen was das ist auflösung hinweis also seine mitte die auflösung sozusagen anzeigt ich lasse es jetzt mal sogar die led anzeige ist immer ein da kann man wenn man strom sparen will immer aus würde ich fast sogar ich lasse jetzt mal an hdmi 2.1 support und capacity bei typ c ist zum aufladen glaube ich gedacht sondern aber auch noch mal genau durchlesen das wäre jetzt im endeffekt das hauptmenü wenn man so will ihr seht ja farbtemperatur und so weiter hier sind die einstellungen und von der seite her mehr gibt es jetzt hier nicht rent in 144 hertz adaptive sync ist an ja macht bis jetzt einen sehr guten eindruck kann man ja anders sagen die game assist also jetzt der rechte bereich gaming timer könnte einjustieren gaming zähler jetzt könnt ihr hier das ist ja schon oben jetzt oben rechts sind die sozusagen alle an das können wir ja mal sagen wir machen dem markt an hoch zählen runter zählen das kann man wirklich alles hier sehr granular sogar einstellen refresh rate an können wir mal angucken wie das aussieht gaming zähle ein hat man jetzt auch so wie lange man gespielt hat sozusagen was ist der in der mitte der zähler sein weiß ich nicht und natürlich die frames per second 144 ein bisschen sehr gewaltig das menü aber sei es jetzt drum gaming zähle aus beeinflusst eigentlich gar nicht aber egal fadenkreuz könnte einblenden mitte hier so ein grünes wenn ihr wollt und sage ich mal das komplette hat im spiel deaktiviert denn für aufnahmen ganz interessant dann habt ihr kein kein hat im vom spiel sozusagen zu sehen dann hat dann das nackte spiel und display ausrichtung wüsste ich jetzt auch nicht ganz genau was das sein sollen müsste man auch nachlesen hat er die den zähler ausgeblendet das könnte man auch sagen wir machen mal nur die frames und lassen den timer auch mal weg genau jetzt haben wir die frames per second so dashboard da braucht man die software von gigabit da oben links könnte ein paar sachen abgreifen geht vielleicht auch mit einer anderen software habe ich noch nicht ausprobiert dann könnt ihr euch dort alles anzeigen lassen mit auslastung gpu cpu temperatur etc also auch ganz nett gemacht setzt natürlich voraus dass er die kollegen von gigabyte komplett einsetzt in eurer peripherie es gibt schnell funktionen also wenn er den button nicht rein klickt dann könnt ihr hier zum beispiel die eingänge schnell wählen das war jetzt nach rechts ist nach links haben wir die lautstärke von dem stick zu mir hin könnte die unterschiedlichen bild modis abfragen und von mir weg also zum bildschirm hin wenn man so will kommt der schwarz ausgleich und das war es auch schon von der seite her habt ihr jetzt mal das menü gesehen ausschalten kann man nach unten exit ist in der mitte und das war das usd des euros bildschirms er hat auch wie gesagt eine recht nicht gemachte fernbedienung aber die ist jetzt auch nicht so brachial also vergleich mal zur philips hier ist die von philips ist die vom aurus man muss einfach sagen der aus ich werde es ja auch im podcast dann noch mal sicherlich erzählen er ist sehr leicht also von der konzeption von der bauform sehr leicht gehalten macht bis jetzt wie gesagt einen sehr guten eindruck aber jetzt auch sehr verspiegelt also noch verspiegelter als der philips monitor der jetzt auch ein bisschen verspiegelt also der raum sollte vielleicht nicht zu licht durchflutet sein das könnte probleme geben aber darauf gehe ich im podcast auch noch mal so